Das ist Sonja. Sonja ist gerade umgezogen. Ihre alte Wohnung übergibt sie nun an ihren alten Vermieter. Ihr Freund Kai begleitet sie zur Wohnungsübergabe als Zeuge. Der Vermieter führt bei der Wohnungsübergabe ein Übergabeprotokoll, indem er alle möglichen Mängel und Schäden vermerkt. Der Vermieter findet aber, dass mit der Wohnung alles in Ordnung ist. Auch das vermerkt er im Übergabeprotokoll. Mit der Unterschrift bestätigen Sonja und ihr Vermieter die Übergabe. Sonja erhält abschließend noch eine Kopie des Übergabeprotokolls für ihre eigenen Unterlagen. Damit der Wohnung alles in Ordnung war, bekommt Sonja nun endlich ihre Mietkaution zurück.